Das Grid gehört an. Fünf Sekunden nach bis zum letzten Hoffnungslauf. Hier dann sind alle Hoffnungen zu Ende. So Bernhard, jetzt geht's Tournerei. Dankeschön, alle drei Fahrer noch. Die Nummer 13 dreht um. Hat gesehen, Rudi ist weiter. Und der dritte Fahrer hängt kurz nach. Die Nummer 13 dreht um. Hat gesehen, Rudi ist weiter. Und der dritte Fahrer hängt kurz nach. Und der dritte Fahrer hängt kurz nach dem Sturm. So jetzt ist die Nummer 2. Die Nummer 3 dreht um. Bitte um Applaus für Markus Kühlberger. Applaus habe ich gesagt. Nicht anschweigen. Dankeschön. Ich danke mal Bernhard. Das Publikum spart sich das Ganze noch auf das Viertelhalb. Und Finale. Danke.